Hallo Community, ich hoffe euch geht's gut und ihr hattet einen guten Season Start. Bei mir läuft es richtig gut. Der Droide fühlt sich nochmal viel besser an als Pre-Season. Warum? Weil wir natürlich einmal die Learnings mitnehmen konnten aus der ersten Season und hier die Herzen machen den Droiden einfach nochmal viel stärker und es ist einfach anders als ich gedacht hätte. Es macht wirklich richtig Spaß. Easy, ohne Nachtschicht. Gestern Final Dungeon geklärt. Wir sind mittlerweile Weltstufe 4 und das ganz einfach. Wenn euch mein Content gefällt, wenn ihr alles wissen wollt, dann drückt den Abonnieren-Button. Auf Twitch kläre ich alle offenen Fragen unten in der Videobeschreibung, mein Twitch-Kanal. Schaut einfach vorbei. Ja, ich helfe euch weiter. Und ja, es macht einfach richtig Bock und ich zeige euch das beste Level-Bild und erkläre euch auch warum. Viel Spaß. Wichtig zum Start, ihr müsst in diesem Video zuhören. Jeder einzelne Punkt ist wichtig, weil wir gehen zwei unterschiedliche Phasen durch. Weil ein Bild verändert sich nach der Level-Phase oder in der Level-Phase. Das heißt, am Anfang nimmt man andere Skills als im Verlauf. Und das verstehen wohl einige wenige Leute nicht auf YouTube. Aber für diese Leute ist dieser Kanal nichts, weil hier reden wir wirklich intensiv über das Spiel. Hier geht es darum, Sachen zu lernen und wenn man Bildskopiert, einfach blind kopiert, wird man sowieso nie erfolgreich werden. Deshalb würde ich euch empfehlen, wirklich zuzuhören, weil dieses Ding hier verändert sich in der Level-Phase. Von 1 bis 60 gibt es da elementare Unterschiede. Und eines der wichtigsten Dinge, was ich vorher nicht wissen konnte, was keiner von uns wissen konnte. Kein Creator, keiner, der irgendwie spielt. Ja, und zwar gibt es etwas ganz Wichtiges. Und zwar ist es so, dass wir nach Abschluss der Kampagnenfortschritte bekommen wir für die ganze Season feste Aspekte, die wir im Kodex auswählen können. Und da war Pulverisieren dabei. Und das hat das Spiel komplett gedreht. Warum? Weil dadurch Pulverisieren bis zum Sturmgebrüll das beste Level-Bild bleibt, ist und wird. Man kann den Tornado ohne Sturmgebrüll spielen, habe ich rausgebracht, weil ich aber das hier nicht wusste. Und das hier verändert unser komplettes Spiel. Warum? Früher war es so, dass Pulverisieren gedroppt ist. Und man hat lange Zeit mit der Waffe spielen müssen, die ein altes Pulverisieren drauf hatte. Weil Pulverisieren manchmal ein, zwei Tage nicht gedroppt ist. Kann immer noch passieren. Jetzt ist es aber so, dass ihr erstens Pulverisieren ständig auf die neuen Waffen bringen könnt, weil ihr es im Kodex auswählen könnt. Und ihr könnt das nochmal mit den Herzen unterstützen. Und das fühlt sich richtig gut an. Richtig geil pulverisieren. Habe ich selbst im Endgame nicht so gefühlt wie jetzt. Ihr werdet das auch später am Ende sehen. Und Achtung, auch hier. Ich spiele am Ende die Skills, die ich aktuell spiele. Am Anfang des Levelverlaufs spielen wir andere Skills als am Ende und wie wir im Gameplay sehen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich wiederhole es nur nochmal für jeden. Ich erkläre aber ganz genau, was ihr zu tun habt und wie ihr zu leveln habt. Aber das hier war ein entscheidender Faktor. Und die weiteren geben uns auch wichtige Aspekte, um später dann das Bild zu ändern. Das bedeutet, meine Levelstrategie verfolgt folgenden Plan. Ich bin am Anfang mit dem Tornado reingegangen, ohne Unique. So wie ich das Video rausgebracht habe. Hat wunderbar funktioniert. Dann ist uns am ersten Abend irgendwann aufgefallen, dass wir hier über die Belohnung auch Aspekte bekommen. Bei diesem Step hier, ich habe sofort versucht, Phase 2 zu forcieren. Also das ist unser Plan. Ja, wir versuchen schnell Etappe 2 abzuschließen, um dann das Pulverisieren zu bekommen. Und ab diesem Zeitpunkt wusste ich ganz genau, ich werde Pulverisieren spielen, weil man dann zu jeder Zeit auf seine Waffe die Schockwelle bringen kann. Und das bedeutet, wenn ihr eine gute Waffe habt, hier habe ich natürlich eine extrem starke Waffe im frühen Gameplay gedroppt bekommen. Aber wir können zu jeder Zeit pulverisieren auf unsere Waffen bringen. Und die anderen Aspekte kann man ganz einfach über die Dungeons farmen. Ja, das macht man schon seit unendlicher Zeit. Ansonsten schaut einfach bei D4 Builds, bei Maxroll oder diesen ganzen Seiten, schaut bitte, wo ihr die einzelnen Aspekte bekommt, die für dieses Bild wichtig sind. Also, weil ansonsten reden wir hier über eine Stunde. Das sind solche grundsätzlichen Voraussetzungen zum Verständnis. Das bedeutet, Levelplan wie folgt. Ich bin erst hingegangen, habe beim Bild angefangen, wusste aber, und das könnt ihr schon besser machen, Ich werde auf Pulverisieren gehen. Warum? Grund der Aspekt hier. Wir können sofort Schockwelle pulverisieren. Der überrollende Aspekt, den können wir sofort ins Game mit einfließen lassen. Und das hat natürlich den Levelplan komplett geändert. Das bedeutet, jetzt spiele ich Pulverisieren, bis ich das Sturmgebrüll bekomme. Warum? Sobald ich das Sturmgebrüll bekomme, werde ich weiter das Gear farm für den Tornado-Bild. Und danach werde ich mit dem Tornado-Bild spielen. Wobei ich sagen muss, der Pulverisierungstruide fühlt sich mit den Herzen extrem krass an. Wir haben ihn gestern so gut aufgebaut. Und der ist auch anders als auf Maxroll. Der ist anders als auf jeder anderen Seite, die ihr je gesehen habt. Warum, erkläre ich euch auch später. Es gibt da geringfügige Änderungen, die sind wirklich elementar. Also, jetzt versteht ihr schon mal meinen Plan. Jetzt versteht ihr, wo die Reise hingeht. Ihr könnt natürlich später auch auf den Pulverisierungstruide bleiben. Ihr könnt später auch, je nachdem, auf den Poison Shred-Truiden wechseln. Aber das ist die Strategie to go, die ich verfolge, die ich euch präsentiere. Und warum, habe ich ja begründet. Das hat schon alles einen Plan, wie ich das Ganze angehe hier. Wir starten mit dem Sturmschlag. Ganz, ganz wichtig ist, der Fertigkeitsbaum wechselt sich durch. Sobald man das Unique Vasilis Gebet hat. Das bedeutet, hier sehen wir den Sturmschlag. Ja, hier kommt die Verwundbarkeit her. Anfallen war auch noch so eine Option, aber bin ich kein Freund von. Ich nehme lieber die Verwundbarkeit mit. So wie den Wechsel, beziehungsweise den Zusatzdamage von der Resonanz. Und deshalb spielt man am Anfang sehr schön mit dem Sturmschlag. Dann gehen wir hin, ein Punkt hier rein, damit wir in den Überfluss kommen und in die wilde Impulse. Und dann natürlich alle Punkte, die gehen, in das Pulverisieren. Warum? Das ist unser Hauptdamage. Ja, und hier reduzieren wir auch noch den verursachten Schaden der Gegner. Und wir nehmen dann noch drei Punkte in das Raubtierinstinkt und spielen hier dann mit dem Bollwerk. Ja, holen uns hier die Stehlung rein. Dann gibt es jetzt folgende Optionen. Entweder ihr nehmt die sichere Variante und die Lebensregeneration über das schwächende Gebrüll im Early Game. Aber wenn ihr Probleme habt mit eurer Geisteskraft, dann kann ich euch folgende Move empfehlen. Dazu wechsle ich später nämlich auch und ich fand es extrem geil. Niedertrampeln mit dem primitiven Niedertrampeln, was uns einfach 40 Geisteskraft gibt. Und was extrem stark ist, gerade mit der Ablegenzeitreduktion auf unserem Gear. Ja, das macht den Pulverisierungsthuiden, gibt uns einfach nochmal eine Möglichkeit, auch mit der zusätzlichen Primärressourcengeneration, dass wir einfach viel öfter den Freecast später bekommen, also das freie Pulverisieren. Und ihr werdet später im Gameplay sehen, wie heftig das funktioniert. Ja, und das ist ein Move, den spielt fast keiner. Verstehe ich nicht warum, ist richtig geil. Ja, dann spielen wir die zerschmetternde Erde und auch den Steingardist. Da holen wir nochmal mehr Schaden rein. Und, ach so, ja, neu ist die Giftranke. Sorry, die habe ich vergessen, weil ich hier runtergesprungen bin, wegen der Option. Also das schwächende Gebrüll, hier der Lebendstiebstahl. Dann die Giftranke, die verbesserte Giftranke und die brutale Giftranke. Warum? Die ist extrem stark im frühen Spielverlauf. Deswegen nimmt man die ganz gerne mit. So, und dann, wie gesagt, hier die zerschmetterte Erde, den Steingardist. Entweder die Option mit dem Niedertrampeln oder das Oben mit dem Gebrüll. Und dann natürlich auch das Nervengift, weil wenn wir die zusammengezogen haben, wenn wir die Gegner oder bei uns haben, je nachdem, was ihr spielt, dann macht ihr mit dem Vergiften auch nochmal mehr Schaden. Deswegen lohnt sich diese Kombination hier. Hier könnt ihr natürlich auch, wenn ihr eine Halskette findet mit Vergiften drauf als Passive, dann nehmt die gerne mit an dieser Stelle. Was fast keiner spielt, was ich aber extrem gut finde, was ich durch das Bulwark-Bild gelernt habe, ist Versteinern. Das Versteinern ist so gut, erstens, wir profitieren über verschiedene passive Boni und zweitens ist es tatsächlich so, dass wir uns hier auch nochmal Geisteskraft reinholen. Und zwar einmal über die erhöhte Dauer natürlich und dann auch, wenn ihr Gegner tötet, die Versteinern betroffen sind, erhält ihr 25 Geisteskraft. Das bedeutet, wenn wir Polen und Versteinern ready haben, dann machen wir nochmal, regenerieren wir extrem viel Geisteskraft und wir bringen Crown Control ins Game, was ich extrem relevant finde. Das bedeutet, wir kontrollieren das Spielfeld. Wir nehmen Trotz mit, wir nehmen Naturkatastrophe mit und wir nehmen die Resonanz mit. Und als ultimative Fähigkeit spielt man am Anfang die Bärenkraft und man wechselt das später. Und das zeige ich euch jetzt, wie das Bild aussieht, wenn wir Vasilis Gebet haben. Sobald wir den Helm haben, ich zeige ihn auch nochmal. Und zwar hier um geht's. Vasilis Gebet, vielen Dank für deinen YouTube-Sub. Sobald wir Vasilis Gebet haben, ich habe es gerade nochmal gezeigt, warte, ich zeige es noch mal in Ruhe wegen dem Sub. Hier, Vasilis Gebet, ja. Sobald wir das haben, dann wechseln wir unseren Fertigkeitsbaum, was ich auch hier schon für euch vorbereitet habe. Und zwar gehen wir dann hin und holen uns den Erdspieß rein. Warum ist der Erdspieß besser? Er hat die höchste Glückstreffer-Chance von allen Basis-Fertigkeiten bis auf die Klaue. Ja, die hat auch eine hohe oder Anfallen. Die hat auch eine hohe, deswegen haben manche Anfallen gespielt, aber Verwundbarkeit stärker. Und am Anfang ist der Glückstreffer nicht so wichtig, deswegen der Sturmschlag im Early-Game. Aber hier sieht der Glückstreffer-Chance 37%. Und Volt spielen wir nicht, deshalb, wir spielen den Erdspieß und versuchen ja lange im Grisil zu bleiben. Das bedeutet, hier kommt für uns nur der Erdspieß in Frage. Weiterer Vorteil ist, neben der hohen Glückstreffer-Chance, dass wir über die Entfernung Geisteskraft regenerieren können, wobei wir mittlerweile bei dem Bild so weit sind, dass wir fast nicht mehr den Erdspieß spielen müssen. Wir ballern nur noch pulverisieren raus, was extrem krass ist. Ja, hier Herz der Wildnis wieder, Überfluss und wilde Impulse. Alle Punkte pulverisieren rein, raubt die Instinkt wie eben, hier das Bollwerk, ja, unser schwächendes Gebrüll. Ab dem Zeitpunkt nehmen wir auch die Defensive mit, ja, Kraft der Ahnen und Wachsamkeit, das schwächende Gebrüll, holen uns hier wieder die Lebensregeneration rein. Hier, das fällt ja jetzt weg, die Giftranke, spielen wir nicht mehr. Jetzt holen wir uns auch hier Zusammensetzen und Provokation rein, sobald ihr die Brust habt. Ja, das lohnt sich nur, wenn ihr die Brust habt. Das ist diese hier, die unersättliche Wut. Und ansonsten würde ich euch empfehlen, diese Punkte hier nicht zu spielen. Ja, weil ihr dann nicht permanent im Bär seid und ihr so 16 Sekunden lang im Bär sein müsst. Und deshalb würde ich das nicht machen. Ja, das lohnt sich erst. Sobald man die Brust hat, finde ich persönlich. Ansonsten würde ich lieber die Punkte woanders reinsetzen. Da kann man sich hier schöne defensive Punkte mitnehmen, anstatt hier reinzusetzen. Sobald ihr aber die Brust habt und ihr damit spielen wollt, würde ich die Provokation auf jeden Fall mitnehmen. Ja, zerschmetternde Erde, Steingardist und jetzt das Niedertrampeln. So geil, verbessertes Niedertrampeln und primitives Niedertrampeln. Wir sehen es gleich in meinem Gameplay. Es ist extrem stark, diese 40 Geisteskraft ab und zu zu bekommen und damit ein Leck auf Geisteskraft. Also wenn wir da ein Leck haben, wir haben wenig Geisteskraft, starten oder wir pullen mit unseren Niedertrampeln, weil wir keine Geisteskraft mehr haben, starten sofort mit Niedertrampeln, pulverisieren, das Ganze füllt sich auf. Haben wir keine Geisteskraft, warten wir auf Niedertrampeln, machen das Impfeit, Geisteskraft füllt sich auf. Das ist so stark, ihr könnt es euch nicht vorstellen. So, dann trotz Naturkatastrophe, Resonanz und dann spielen wir jetzt nicht mehr Versteinern, weil das macht jetzt keinen Sinn mehr, sondern ab dem Kopf spielen wir Grizzly-Zorn, ja, den überlegenen Grizzly-Zorn und ab diesem Zeitpunkt wechseln wir auch von der Bärenkraft in die irdische Macht. Warum? Damit haben wir eine Chance, unsere gesamte Geisteskraft wieder herzustellen und eure Angriffe fünf Sekunden lang garantiert kritische Treffer erzielen. Und das macht dann absolut Sinn, das dann an diesem Zeitpunkt zu wechseln. Und das hier war ein ganz entscheidender Key-Faktor in diesem Bild. Ihr werdet es, wie gesagt, gleich im Gameplay sehen, wie geil das schon mit Level 60 funktioniert. So gefühlt habe ich den Pulverisierungstruiden noch nicht mal in meinem ersten Late-Game-Bild. Und das ist einer der meistgeklicktesten Pulverisierungs-Bilds auf YouTube im Moment. Deshalb könnt ihr euch schon darauf verlassen, was ich euch sage, was ich euch präsentiere. Das hat Hand und Fuße, weil ich selbst auch spiele und das mit Erfolg. Eines der wichtigsten Dinge, und das unterschätzen die Leute, ist das Gear. Man kann da sehr, sehr viel rausholen an Zeit, an Effektivität und so weiter. Die Aspekte und das Upgraden gerade von den Waffen macht sich sehr bezahlt. Am Anfang natürlich nicht, weil man die Waffe sehr durchwechselt, aber irgendwann lohnt sich das. Aber die Aspekte drauf zu bringen, das auf jeden Fall, weil über die Aspekte kommt heftiger Schaden. Ja, hier setzt man am Anfang, ich sage mal so, am Anfang würde ich nicht unbedingt immer auf die Waffe alles bringen, ja, obwohl das jetzt mittlerweile geht. Ihr müsst da ein bisschen mit euren Ressourcen handeln. Ihr könnt auch pulverisieren auf eine starke Halskette bringen und dann die Waffen durchwechseln, weil hier ist wirklich der hohe Schaden pro Sekunde wichtig. Ich hatte Glück. Ich habe eine sehr starke Waffe im frühen Game bekommen mit fast 1600 DPS und die trage ich auch schon echt lange Zeit. Ja, und deshalb kann ich euch nur empfehlen, vielleicht den Pulverisierungs, die Schockwelle hier drauf oder das Überrollen, der Überrollen Aspekt, das ist ja, glaube ich, jetzt hier auf die hier zu bringen, auf die Halskette, wenn ihr es möchtet. Und was ich euch noch sagen kann, ist, investiert wirklich ab und zu Zeit in euer Gear und setzt die Aspekte drauf und levelt auch das eine oder andere oder gradet es ab. Auch im Levelbereich, wo ich mich jetzt befinde, grade ich mein Gear oft ab und investiere einfach dort die nötigen Ressourcen. Am Anfang spielt ihr einen ganz normalen Helm und eine ganz normale Brust mit offensiven Werten beziehungsweise defensiven Werten, so wie ihr das gerne habt. Ganz gut sind Angriffskraft und Angriffsgeschwindigkeit und natürlich auch Uplinkzeit auf dem Helm. Wenn ich hier einen normalen Helm habe, ich ziehe es extra aus, ja, damit man das abstrahieren kann. Und auch auf der Brust defensive oder offensive Werte ziehen. Haben wir diese beiden Unics, das ist das wichtige Unic, das hier ist nur nice to have, wenn wir dann nochmal mehr Punkte bekommen, dann ist es so, dass eure Erdfertigkeiten jetzt auch Werbefertigkeiten sind und uns Stählung verleihen. Und das ist der Punkt, wo wir dann den zweiten Step unseres Fertigkeitenbaums, den ich erklärt habe, setzen, weil wir dann den Erdspieß haben und dann können wir auch Grizzly Zorn viel besser zocken. Vorher lohnt sich das nicht, weil ihr dann nicht die genügend Abilities habt, um das zu machen. Man kann Grizzly Zorn mit Anfallen spielen, würde ich aber nicht machen. Macht keinen Spaß mehr. Jetzt lieber mit Gifttranke und so weiter. Also machen wir das hier so. Ja, und dann gehen wir davon aus, ihr habt jetzt Vasilis Gebet gefunden und so weiter. Das ist ja dann klar. Ja, dann spielt ihr die auch. Dann hier bei den Handschuhen, ganz, ganz wichtig, natürlich Renghauf pulverisieren, Gritsche Trefferschance, Sorge Wittersturm müsste man wegmachen. Und dann kann man hier drauf schön setzen. Pulverisieren ist jetzt auch eine Erdfertigkeit, nachdem Pulverisieren gewirkt wurde. Tektonisch Stacheln ganz wichtig ist hier. Pulverisieren ist jetzt auch eine Erdfertigkeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Da holen wir uns nochmal Schaden her. Dann geht es weiter mit der Hose. Hier gibt es verschiedene Optionen. Entweder ihr steigert die Dauer von dem Bollwerk oder ihr nehmt die Rüstung oder sechs Sekunden Schadensreduktion bei Basisattacken, wobei ich das eher schwächer finde für uns. Hier lieber die Rüstung mitnehmen. Dann bei den Schuhen, da warte ich noch auf einen Aspekt. Hier könnt ihr das mit den vier Sekunden spielen. Einen Augenblick, lass uns mal gerade darüber gehen, dann können wir uns das Ganze auch direkt mal anschauen, was ich meine, was man auf den Schuhen gut spielen kann. Und zwar nimmt man hier tatsächlich am allerbesten Aspekte mit, die uns wirklich nochmal zusätzlichen Bewegungsspeed geben. Aber da ich das gerne komplett erkläre, zeige ich das ganz gerne mal. Jetzt gibt es ja auch einen Filter. So, den hier könnt ihr auch spielen, wenn ihr verletzt werdet. Hier unter dem Einfluss von Kontrollverlust-Effekten steht, werdet ihr vier Sekunden lang unaufhaltbar. Auch ein sehr guter Aspekt. Und dann hier. Schaden durch Erdfertigkeit verlangt und getroffene Gegner 50 km lang um 25%. Den muss ich noch farmen. Höhle der Wildnis in Skosland. Das ist der Aspekt, den ich jetzt gerne spielen möchte. Und wie gesagt, ansonsten könnt ihr in der Zwischenzeit Aspekte spielen, die uns auch nochmal Movement Speed geben. Ja, wie zum Beispiel kritische Treffer verleihen eine Sekunde lang 8% Bewegungsgeschwindigkeit. Das optional, aber optimalsten, am optimalsten ist Schaden durch Erdfertigkeit verlangt und getroffene Gegner 5 Sekunden lang um 25%. Das ist das, was ich jetzt, wenn ich jetzt endlich heute mal spielen werde, als erstes fahren werde und dann auf die Schuhe bringe. Den hatte ich nämlich die ganze Zeit drauf auf den anderen Schuhen, die ich hatte, die ich in der Levelphase gefunden habe. Falls ihr es nicht habt, sofort bitte hier diesen Aspekt reinbringen. Oder wie gesagt, den mit Bewegungsgeschwindigkeit. Das bleibt euch überlassen. Hiermit macht ihr aber nochmal dann mehr Schaden beziehungsweise bringt Crown Control leicht auf die Gegner. Wobei das eigentlich mittlerweile über die unterschiedlichen Dinge, die ihr am Anfang spielt, gegeben ist. Deswegen ist er nicht drauf. Jetzt ist das das Erste, was ich tun werde, den hier draufzusetzen. So, und wie gesagt, pulverisieren haben wir sowieso immer und das zeige ich auch nochmal, was ich damit meinte vorhin. Ja, wenn wir jetzt hier auf unsere Klassen gehen, dann seht ihr hier diese saisonalen Aspekte. Und das war vorher nie gegeben und deshalb war pulverisieren ja, so ein Semibild als Starter. Jetzt würde ich absolut sagen, es ist so krass, ja, dass man pulverisieren permanent auf die Waffe bringen kann. Und deshalb macht das auch Sinn. Diese saisonalen Aspekte bleiben über die gesamte Saison. Und das ist wirklich heftig und da sind wirklich Gute dabei. So, dann die Waffe habe ich ja erklärt. Pulverisieren, warum? Hier wird der Schaden verdoppelt. Best, ja. Und wir spielen am Anfang mit Überwältigungsschaden. Ne, das ist wichtig. Ach so, auf den Schuhen kann ich auch noch sagen, ganz, ganz wichtig bitte. Entrinnen, vielleicht eine Sekunde lang Bewegungsgeschwindigkeit. Spielt nur solche Schuhe, damit ihr auch wirklich schnell unterwegs seid. In jeder Hinsicht ist das der Movement Speed, den wir haben wollen. Ne, wir wollen schnell und sauber durch die Dungeons laufen. Das sehen wir auch nochmal in unseren Aspekten und deshalb auch später die Kombination mit Niedertrampeln. Das bringt den wahren Speed nach vorne. Ne, alles andere ist Bullshit. Ja, und dann nochmal in der Kombination eventuell mit dem Crit, wenn ihr die Giftranke spielt, habt ihr ja Kontrollverlusteffekte drauf. Aber wie gesagt, mit dem Crit und Bewegungsgeschwindigkeit auch nochmal eine tolle Option. Dann hier spielen wir eure Kernfertigkeiten, verursachen bis zu x Prozent mehr Schaden, sobald ihr Stellung habt, auch sehr stark. Dann Kostenreduktion auf Geisteskraft, drei Ränge für die passive zerschmetternde Erde, auch nice. Und Schadensreduktion, wenn ihr verletzt seid. Übrigens, Schadensreduktion, wenn ihr verletzt seid, für mich der beste DMR. Das heißt, Damage Reduction Wert, ich glaube, der wurde noch nicht mal genervt. Und die Idee dahinter ist, ich würde niemals mehr blaue Steine spielen, sondern auf maximales Leben gehen und dann Damage Reduction, sobald wir verletzt sind, Schadensreduktion, wenn wir verletzt sind, gehen. Ja, das ist für mich wesentlich effektiver als alles andere. Im Late Late Game wechseln wir das Ganze vom Überwältigungsschaden in den Schaden gegen Kontrollverlust-Effekte, aber im Moment fand ich den Überwältigungsschaden extrem krass im Early Game. Ihr werdet es auch später im Gameplay sehen. Dann ganz neu und das spiele ich so, weil ich brauche einen hohen Role von Grizzly Zorn, dass der verlängert wird. Es gibt einen Aspekt, der verlängert die Dauer von Grizzly Zorn, den kann man auch über den Dungeon-Farm, aber eine Sekunde, boah, ey, nee. Ich habe hier mit extrem gute Erfahrungen gemacht und zwar erhöht eure maximale Geisteskraft um X und Geisteskraft Erzeugung um 20%, solange Grizzly Zorn aktiv ist. Das macht extrem viel Spaß in der Kombination mit dem Herz. Aber lasst uns mal kurz auf die Werte gehen und dann auf die Herzen. Das bedeutet hier auch Überwältigungsschaden, kritischer Trefferschaden, Schaden gegen folgende Gegner verlangsamt, wenn ich das dann auf die Schuhe mache. Und dann spiele ich hier noch die Mutter. Hier könnt ihr aber auch den Aspekt spielen, der euch Primärressource wiedergibt. Ein bis vier Primärressource auf Gegner mit Kontrollverlusteffekten ist das, glaube ich. Ja, ansonsten kann man die Mutter auch sehr gut spielen. Ich habe gestern, glaube ich, acht Unix bekommen oder sowas. Ja, wenn man Nightmare Dungeons grindet, hat man auch eine hohe Chance auf Unix. So, und dann spielen wir folgende Herzen. Irgendwann kriegt ihr das Thornes Herz. Das hier ist wichtig und best in Slot. Ihr erhaltet 22% Angriffsgeschwindigkeit. Kern- und Basisfertigkeiten haben eine Chance von 17% eure Ressource vollständig wiederherzustellen. Seit dieses Herz dabei ist, ist der Pulverisierungskroide so krass. Ja, wenn das hier kommt, alle 20 Gegner wechselt das durch, bis ihr wieder 20 Gegner habt. Das heißt, wir haben ständig einen dieser drei heftigen Buffs aktiv. Der Schwächste davon ist die Barriere. Die anderen beiden sind so krass. Die zollen absolut auf den Pulverisierungskroiden ein. Dann haben wir hier, spielen wir, Ressourceneffekte sind 58% weniger effektiv. Außerdem erzeugt ihr 5,5% mehr Primärressourcen. Das spielen wir auch, weil wir brauchen die Erzeugung von Primärressourcen. Und dann optional kann man auch das Randziehen-Spiel das Randziehen spielen. Ich zeige euch gleich noch die Optionen. Und dann spiele ich noch, ihr haltet 51% kritischen Trefferschaden, doch eure nicht-kritischen Treffer verursachen 27% weniger Schaden. Da wir ja fast 100% kritische Trefferschaden haben, oder da wir 100% haben, wenn das Ding progt, ne, die Erde ne macht, dann lohnt sich auch das Ding hier. So, und optional ist es dann so, dass wir entweder, ähm, den hier noch spielen, das ist unser Deathsheet, das bedeutet, wenn wir sterben sollten, verliert ihr durch einen Einzeltreffer mehr als 20% eures Lebens, werdet ihr 2,8 Sekunden lang immun. Dieser Effekt kann nur einmal alle 100 Sekunden auftreten. Also das hier kann man super spielen, ne, dann wird man auch noch immun. Ja, dann hier, ähm, das mit den Wolfgefährten kann man am Anfang spielen, ähm, das hier mit dem Stun kann man am Anfang spielen und das mit der Barriere. Also diese Herzen sind alle Optionen, die man zocken kann, aber diese Kombination macht mir im Moment extrem stark, äh, extrem Spaß. Äh, das mit den Ressourcen Entzugseffekten muss man, ähm, nochmal schauen, weil wir haben ja keine direkten Ressourcen Entzugseffekte. Ähm, mir geht es hier tatsächlich äh, primär um die Erzeugung von Primärressourcen. Hier kann man aber auch sehr gut die Option spielen, dass Gegner herangezogen werden. Das ist auch extrem stark. Ja, das ist so eine Option, da bin ich gerade am Austesten, äh, wie gut das harmoniert, wie gut das funktioniert. Heranziehen habe ich schon getestet, ich wollte das hier gerade testen, nur damit ihr wisst, was hier der Grund ist. So, und damit sind wir auch die ganzen Herzen durchgegangen. Geistersegen spielen wir hier Argwohn, äh, Sturzangriff mit, äh, Angriffsgeschwindigkeit. Am Anfang erhöhte kritische Trefferschancen, ja, das wechseln wir aber später aus und zwar gehen wir wahrscheinlich hier von weg und, ähm, das werde ich jetzt auch als nächstes machen und spielen die Option Ruhe vor dem Sturm und, ähm, hier gehen wir hin und wechseln jetzt den Rudelführer, den ihr am Anfang spielt, kritische Treffer verfügbar über die Chance von 20% Ablinkzeit eurer Gefährten Fertigkeiten abzuschließen. Das spielt ihr am Anfang, solange ihr die Giftrank spielt, deswegen habe ich das drin gelassen. Sobald ihr es nicht mehr spielt, könnt ihr entweder Aufladen spielen, wenn ihr Schaden verursacht, besteht eine Chance von, äh, 15%, ähm, 10 Geisteskraft wiederherzustellen oder ihr verlängert die Dauer eurer ultimativen Fertigkeit. Ne, das hier würde ich jetzt empfehlen in diesem Stadium. Ja, und, ähm, deshalb, ja, am Anfang nochmal, deswegen hatte ich es drin, Rudelführer, solange ihr mit der Giftrank gespielt, ich wollte es nur nochmal wiederholen und, äh, dann wechseln wir, äh, zum Verhängnis und, wie gesagt, später wechseln wir auch von den Sensen-Clown hier rüber, ähm, gehen den Geisterbund ein mit der Schlange und zwar, wir spielen Obsidian-Hieb, jede 20. Tötung sorgt dafür, dass eure nächste Erdfertigkeit überwältigt wird und, äh, dann wechseln wir von der Gritschentreffer-Chance hier rüber in die Ruhe vor dem Sturm ab dem Moment, wo wir sehen, ihr dann macht relativ häufig und, ähm, oder man geht dann später hin und merkt, okay, man braucht nicht mehr Angriffsgeschwindigkeit, dann kann man sogar noch Zorn der Vögel spielen. Das sind so Optionen, die ihr selbst für euch herausfinden müsst, die ich aber mit euch besprechen wollte. Ähm, ja, das Paragon-Board macht wenig Sinn am Anfang, aber ich zeige es trotzdem, ja, wir gehen am Anfang hin und wir spielen Ausbeuten, ähm, sobald wir vom Sturmschlag weggehen, warum, damit bringen wir am Anfang die Verwundbarkeit auf unsere Gegner, ja, ähm, gehen hier hin, ähm, gehen hier hin, ähm, spielen 20% Schaden, spielen hier auf Antreiben, versuchen sofort, die nächste, ähm, das nächste Board zu erreichen, gehen hier in Führung der Ahnen und dann in die Übermachung. Versuchen dann, die nächste Düfe zu spielen, die entweder territorial wird, wahrscheinlich, oder sowas, ja. nur, ähm, äh, zur, zur Erklärung, warum ich hier mit Ausbeuten am Anfang spiele, um die Verwundbarkeit auf die Gegner zu kommen. Wenn ihr einem Gegner Schaden zufügt, wird er drei Sekunden lang verwundbar, weil wir im, äh, Pulverisierungsbild sonst keine Möglichkeit haben, über irgendwelche Attacken, die wir im Skillset haben, Verwundbarkeit auf die Gegner zu bringen und das ist der einzige Grund, warum ich das so mache. So, wie gesagt, ich habe gestern auch den Final Dungeon mit 60 Solo gemacht, ja, also auch kein Problem und wir sehen hier schon, wie der Pulverisierungstruide in dieser Kombination einfach funktioniert, so smooth, ja, die Geisteskraft, achtet auf die Geisteskraft, sie ist permanent eigentlich auf hohem Level, ne, und, ähm, wir grind Nightmare Dungeon, ihr seht es hier, ja, und falls, und wieder voll. Äh, es ist einfach der Wahnsinn, ne, wir machen nur Pulverisierung und so smooth und so gut hat sich der Pulverisierungstruide für mich persönlich noch nie angefühlt. Pre-Season fand ich den nicht so stark wie jetzt in der Level-Phase, ne, also einfach geil in dieser Kombination, wie ich es hier für mich persönlich entwickelt habe, ne, gerade in der Kombination mit, äh, der Verlängerung beziehungsweise mit der Dauer, ähm, mit der Erhöhung der Geisteskraft für die Chrisley-Zorn-Phase einfach krass. Ja, der Damage einfach gut, ja, wir, wir shotten wirklich alles weg und die Mobs sind, äh, paarundsechzig, einundsechzig in dem Fall, ne, fünfundsechzig auch gar kein Problem, wie gesagt, siebziger Mobs auch kein Problem, weil wir haben ja den Final Dungeon geklärt. Das hier war nur gerade, weil ich das im Stream, ähm, schön aufgenommen hatte, ähm, hat einfach so viel Spaß gemacht gestern, das Ding hier zu leveln beziehungsweise das Ding überhaupt zu leveln. Guckt euch die Geisteskraft an, mehr, mehr brauche ich nicht sagen, ne, mehr brauche ich an dieser Stelle nicht sagen, weil es funktioniert einfach so gut und das Gameplay spricht einfach Bände für die Entwicklung, ähm, dieses Builds, ja, und da ist auch der wichtige Faktor, man sieht es jetzt immer wieder, ne, komme ich in die Phase, wo ich wirklich low bin an Geisteskraft, wie man das jetzt hier sieht, jetzt müssen wir hier Autotext bringen, das ist kein Problem, ich bringe aber sofort wieder die Geisteskraft, so und jetzt guckt auf das, guckt gleich für den einen Mob, da habe ich, ähm, gesprochen und dann guckt jetzt gleich, wie wir genau das niedertrampeln und wir sind voll und damit, ähm, geben wir uns die Möglichkeit, genau das hier, ähm, was gerade passiert ist, ja, geben uns die Möglichkeit, da das Pulverisieren zu bringen, ohne Autotext zu machen, um dann wieder auf den Proc zu hoffen, von der irrenden Macht und das ist der IQ-Move daran, deshalb funktioniert das so genial, ne, und der Nieder-, und deswegen sage ich auch, das Niedertrampeln, so wie das, ähm, keiner spielt und auch mit der, äh, mit der Änderung der, der ultimativen Fertigkeit, dass wir die maximale Geisteskraft erhöhen, um uns dadurch einen Puffer zu schaffen, ähm, für, ähm, mehr Pulverisieren, um dann wieder den Proc hervorzurufen, ohne Autotext zu spielen. Das ist das Ding, wie es läuft und das ist so, wie es funktioniert, das ist einfach der Hammer, äh, was ich hier entwickelt habe für uns, ja, weil es einfach richtig geil ist, es macht richtig viel Spaß, es ist so smooth zu spielen, ne, und ich weiß noch gar nicht, ob ich tatsächlich später, äh, zum Tornado-Troiden direkt wechseln werde, wahrscheinlich ja, weil er nochmal eine Nummer krasser ist, so wie ich mir das vorstelle, aber, das hier wird uns lange verfolgen und extrem viel Spaß machen. Schauen wir uns noch den Boss an, ich versuche, ich gehe mal, ich spring mal rüber, damit wir auch den Single-Target-DPS sehen. Machen hier nochmal unsere Ressourcen voll. Gehen an den Kelch, so, und jetzt die Gleitschuppe, ja, zack, zack. Na, das ist wirklich in Ordnung, ja, für den Pulverisierungs-Troiden, das ist wirklich in Ordnung. Wir bringen nur pulverisieren ohne Probleme, ja, und jucken sie weg. Also, wer den Pulverisierungs-Troiden kennt, wer die Schwäche auf Single-Target kennt, der weiß auch das hier gerade sehr zu schätzen. Also, in dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg, das ist the way to go. Für mich das beste Level-Bild aufgrund der saisonalen Änderung und sobald man dann halt das richtige Unique hat, im Sturm gebrüllen und so weiter, würde ich empfehlen, auf das nächste stärkste Bild zu wechseln und zwar an dieser Stelle den Tornado-Troiden. Trotzdem, ich möchte nochmal sagen, das ist nur eine Empfehlung, so wie ich das fühle. Spielt das, was euch am meisten Spaß macht. Wollt ihr den Tornado-Troiden spielen? Wollt ihr den Bulwark-Troiden spielen? Habe ich in meiner Playlist die richtigen Videos für euch, denn auch das ist möglich und das sollte mit Respekt und der Perspektive genossen werden, dass das hier ein Spiel ist und dass jeder das spielen soll, wie er möchte. Ich zeige nur Wege, was man machen kann. Ich zeige auch nur Wege, wie ich es mache. Wenn da jemand irgendwas anderes machen will, einen anderen Skill benutzen will, eine andere passive Bitte, führt euch immer frei dazu. Ja, weil es sind Spiele, es soll Spaß machen und das ist immer, immer der richtige Weg, das Ganze anzugehen. Egal ob Pro-Gamer, Casual oder man kann nur eine halbe Stunde spielen, weil man irgendwas hat im Real Life und man trotzdem gerne mal zocken möchte, weil man damit aufgewachsen ist oder whatever. Ja, Spiele sollen Spaß machen. Darum geht es am Ende des Tages und das möchte ich immer vermitteln. Also, deshalb, kommt gerne auch auf Twitch vorbei, da haben wir immer Spaß. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, meine Lieben. Ciao, euer Dread.